Weltliteratur, wie war das hier? Was wolltet ihr Frankreich und den kleinen Prinzen und schmeißen mir ein paar Spinnen hinterher, Alter? Ei! Das ganze Ding kam über eure bekloppten Behindertenhilfswerke und, äh, was noch, Alter, Psychiatrien. Im Ernst, Alter. Alter, du weißt, du werden Sonneteile in den Wänden fehlen noch, Alter. Geh mal nicht auf den Sack damit, mit euren komischen Büchermarkt. Was interessiert das denn, Alter, wer sich da durch meine Kommode schwimmt? Mann, 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 ey. Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein, Alter. Meinst du irgendwie, äh, ich lese jetzt jedes, äh, bekloppte Buch, Alter, und soll da irgendwas zu spielen? Nee, das mein' nicht. Vollfindetisch. Vertraue und glaube, bei uns auch 능